Ich hab ne Gruppe verboten, wo wir sein könnten, aber, was ich gesagt, keine Ahnung. Verdammt! Nein! Doch! Nein! Gezielter Artie! Also, mehr hätten wir uns kaum verteilen können eigentlich. Ja okay, Gann und ich waren zusammen, aber... Das war ein guter Mörser und wir waren zu lange an einer Stelle. Da hat doch die Artie für gesorgt. Das verteilen? Ja. Ja. Ein Einzelteil.